Geflüchtete, die sich in ihrem Heimatland in einer Hochschulausbildung befanden, stehen vor großen Hürden, wenn sie ihr Studium in der Schweiz fortsetzen möchten. Der Verband der Schweizer Studierendenschaften setzt sich deshalb mit dem Projekt Perspektivenstudium für den Hochschulzugang von geflüchteten Studierenden in der Schweiz ein. Der Fokus liegt auf der Förderung und Unterstützung studentischen Engagements, Information, Vernetzung sowie Sensibilisierung und politischer Arbeit. In unabhängigen Projekten an Schweizer Hochschulen engagieren sich Studierende für studentische Geflüchtete. Studieninteressierte Geflüchtete haben die Möglichkeit, als Gasthörende Vorlesungen zu besuchen, das Schweizer Bildungssystem kennenzulernen und ihre Zulassungschancen einzuschätzen. Perspektivenstudium unterstützt die lokalen Projekte mit Schulungen und Beratungen. Auf der Webseite von Perspektivenstudium wird ein Toolkit zur Verfügung gestellt. Dieses dient der Ausgestaltung von Hochschulprojekten für Geflüchtete. Die Webseite bietet zudem ein umfassendes Informationsportal zum Hochschulzugang in der Schweiz. Die Informationen richten sich an Geflüchtete, die studieren möchten, und an alle Personen, die sie auf diesem Weg begleiten. Perspektivenstudium fördert die Vernetzung der verschiedenen Hochschulprojekte untereinander sowie mit Akteuren aus dem Bildungs- und Migrationsbereich. Weiter leistet Perspektivenstudium sensibilisierungs- und politische Arbeit. Mit diesen Maßnahmen möchte der VSS langfristig zu einer nachhaltigen Integration von studentischen Geflüchteten gemäß ihren Ressourcen und Fähigkeiten beitragen. Der Zugang zu einer tertiären Ausbildung muss allen gleichberechtigt offenstehen.